Jan? Ich hoffe mal, das stimmt. Doch, das stimmt. Der hat die Kobys bei mir reingemacht und ich bin einen drüber. Jan, wie fühlst du dich jetzt? Ich hoffe nicht scheiße. Wer kann es denn sein, einen scheiß Punkt aufzulesen? Jan? Jan, oh, bis nach da. Ja. Foto, du warst falsche Ebene. Ich hab trotzdem eine coolen sichere Kamera. Gut gemacht. So ist er im Kran kaputt. Bei mir ist er in Ayashi. Eine ELA. Trotzdem war da oben jemand. Hast du den Kill gemacht oder? Von wo, von wo? Nö, ich wurde da gekillt. Da war ne Tür. Oh man, werd ich sauer. Unser Mates, unser Ash-Mate hat die Reflexe von Tim. Hm. Was meinst du, warum ich seh grad? Der ist falschen Arm. Boah, ich bin so kacke. Die Ashi, da ist einer. Ich kann ihn nicht detecten, aber da wo du die eine geholt hast, da ist auch einer in der Ecke. Hab ihn markiert. Oh mein Gott, das war glaub ich ein A jetzt. Zehn Kills. Jungs, warum seid ihr so schlecht? Ja.